Wir wissen nicht, dass es geht. Jetzt weiß ich es. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht, sondern ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Also das Brexit-Spiel, oder das Spiel, was den Brexit thematisiert, heißt Not Tonight. Und das thematisiert es nochmal auf eine andere Art und Weise. Also ein bisschen lustig, ein bisschen dystopisch, aber auch sehr, sehr sozial kritisch. Ja, was bei Spielen natürlich auch immer noch ein bisschen anders ist, da kommen ja immer verschiedene Kunstformen zusammen. Also ein Spiel hat Audio, ein Spiel hat Narration, also eine Geschichte oder ein Spiel hat ganz visuelle Merkmale. Und da kann man einfach anders nochmal mit erzählen oder anders auch Dinge transportieren als in anderen Medien. Das macht nichts besser oder schlechter, aber es ist einfach so, du kannst mit Spielen nochmal auf eine andere Art und Weise Geschichten erzählen. Ja. Darum ist er nicht mehr aufainen, intro. Das ist wirklich viel has languages, aber du kannst mit in Sachen hier innahmen machen. Wie ist das Roman aus dem besten Earthen in den UK? Das ist also richtig heiß. Ja. nueva positif structure catal IB Ja. Würden wir das Spiel noch weiter machen, würden wir noch solche Sachen machen, wie zum Beispiel automatische Batou, dass man so eine Beweude sieht. Ach so Leute, du könntest dir eigentlich auch das Unlimitiert kaufen, dann hattest du es für immer. Echt? Ja. Ja. In diesem Spiel spielt man so ein bisschen so ein Immobilienhai, der darauf anfängt, okay, ich habe nicht so viel Geld, ich lasse meinen Studenten einziehen, die sind billig. Und die Wohnungen sind billig. Aber ich kriege viel Kohle rein. Sobald man dann später irgendwann sagt, hey, ich will aber mehr Geld machen, schmeißt man die Studenten raus und baut stattdessen Familienwohnungen, die dann auch mehr Geld einbringen. Also es sollte so ein bisschen was Satirisches mit drin haben, aber nicht zu aufträglich sein dabei. so ein bisschen was machen. Ich bin jetzt. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nee, jetzt ist auch die Beide. Okay, okay, ich stehe bei dir. Ja, ich stehe bei dir. Oh, jetzt. So, stopp. Stehen wir. Du. Wir wollten eben so die Verbindung schaffen zwischen virtuell und real und deswegen fanden wir das eine gute Möglichkeit eben Dissus Wildes einzubringen und es macht Sinn vom Spiel her, dass man sich auch die Hand gibt, weil während man simbius spielt, denkt man zum Beispiel an Klippen oder an Kanten oder man hat Herausforderungen, die man nur zu zweit lösen kann und wir fanden das eben eine gute Erfahrung, wenn man sich dann auch wirklich die Hand geben würde. Es gibt die großen Produktionen und es gibt ganz viele kleinen und die kleinen, die können dann noch mal meistens mehr Sachen ausprobieren, weil die unter nicht so einem großen wirtschaftlichen Druck stehen wie die großen und genau das ist wichtig zu zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.